So ein YouTuber wusste, wann es hoch geht, anhand Geld in den Markt geparkt wurde. Ja, das ist immer so ein bisschen schwer. Wisst ihr, das ist ja das Ding, wie die Wale uns manipulieren. Viele gehen ja davon aus, dass wenn sie ihre Stablecoins oder Coins in die Exchanges einzahlen, man geht dann davon aus, oh, es wird dicke Verkäufe geben. Weil dicke Wale haben das jetzt reingepackt, der Circulating Supply geht hoch und man versucht dann darauf einzuschätzen, kommt jetzt ein dicker Verkauf oder nicht. Was machen die Wale manchmal? Die nutzen genau das, um die Preise manchmal zu manipulieren, um Angst zu schüren, dass Leute denken, boah, die haben viel eingezahlt, die werden dick abverkaufen oder einkaufen halt. Meistens, wenn wir auf den hohen Preisniveaus sind, denken die Leute dann, hey, die wollen verkaufen. Meistens, wenn wir auf den tiefen Preisniveaus sind, nach so einer Korrektur, denken die oder spekulieren die meisten dann, hey, die Wale wollen jetzt verkaufen oder einkaufen zu den tiefen Preisen. So nutzen die das halt aus und Panik zu verursachen, das ist eine der Möglichkeiten und ziehen die Coins dann einfach wieder von der Exchanges wieder zurück. Veräppelt und viele haben dann gepanikselt, den Preis noch weiter runtergesetzt und ja, dann hauen sie eventuell wieder rein und kaufen dann nach. Es ist eine Möglichkeit, nur danach das zu bemessen, ist immer sehr, sehr schwer, weil das halt einer ihrer Möglichkeiten ist, um den Markt zu manipulieren.